Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu diesem weiteren Video. Und ja, wie ihr es schon am Titel gesehen habt, werden wir heute Gucci Toast machen. Und ich habe es selber noch nie gemacht, das wird jetzt hier das erste Mal, wo ich das mache. Und ja, ihr seht, ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet. Und zwar, ja, lecker Toast und ein Toaster. Und ich würde sagen, wir holen mal das Hauptstück. Was heißt Hauptstück? Das, was man halt braucht, um Gucci Toast zu machen. Und ja, dafür haben wir natürlich den originalen Gucci Gürtel. Und davon ist dieses Teil hier sehr notwendig. Und ja, ihr seht, es glänzt wunderschön. Und das brauchen wir, um Gucci Toast zu machen. Vielleicht die einen oder anderen, die bei WowDiR Deckard schon da aufgepasst haben, wissen wahrscheinlich, was ich jetzt gleich tun werde. Also ich hoffe, dass es mal so geht. Wenn nicht, müssen wir halt dieses Gucci Logo hier, müssen wir dann eventuell entfernen oder so. Keine Ahnung. Ich entschuldige, falls der Ton mal ein bisschen komisch wird ab und zu. Und ich bin hier, ich kann hier nicht so gut sehen, was ich mache. Aber ich denke mal, das dürfte eigentlich schon klar gehen. So, dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt einfach mal hier so ein Toast. So, dann brauchen wir hier jetzt mal erstmal ein bisschen Platz. So, ich habe natürlich den Gürtel vorher gewaschen. So, das heißt, wir drücken jetzt dieses Gucci Logo. Also wenn ihr sowas habt daheim, dann könnt ihr es auf jeden Fall nah machen. Ihr braucht Toast und einen Toaster. Aber das ist natürlich klar. So, ich würde sagen, wir drücken das jetzt hier einfach mal, ja, hier so schön rein. Oh mein Gott, und ihr seht schon. Und ich würde sagen, ich mache es einfach mit noch einem Toast. Und dann können wir die erste Möhre auch, denke ich, schon mal anschmeißen. Und ich bin echt gespannt auf das Ergebnis. Und, ähm, ja, wir müssen hier wirklich sehr präzise und genau arbeiten. Aber ich denke mal, das geht schon klar. So, ich würde sagen, ab schnell in den Toaster damit. Und, ähm, ja. Okay, ich hoffe mal, dass die Stufe gut eingestellt ist. Und, ja, vielleicht habe ich auch noch eventuell überlegt, dass man mit dem Gasbrenner hier das hier erhitzt, dieses Metallstück. Und dann quasi reinbrennt, so richtig reinbrennt. Das kennt man ja von Kühen, dass die quasi so, ähm, auf Farmen, um die zu unterscheiden, dass die so ein Brandy hinten auf dem Popo bekommen. Und, äh, ja, wäre natürlich nice, wenn das bei Kühen so mit Gucci machen. Das hat Spaß. Aber nice, da hat man eine nice Gucci-Kühe. Okay, Leute, das Toastbrot ist rausgekommen. Leute, das Ergebnis ist rausgekommen. Es ist verblüffend. Es ist gar nichts passiert. Und, ja. Das ist natürlich jetzt suboptimal. Ich glaube, es liegt einfach am Brötchen. Ja, Leute, ich würde sagen, wir müssen gleich mal härtere Geschütze aufbauen. Und wir versuchen es einfach gleich nochmal. Dann habe ich es ein zweites Mal probiert. Abgesehen davon, dass ich mich wieder zu Tode erschrocken habe, gelingt es mir dieses Mal auch wieder nicht so gut. Also, ich war mit dem Ergebnis nicht so zufrieden. Ich denke, es geht auch besser. Zunächst einmal habe ich dann dieses Gucci-Logo vom Gürtel entfernt und habe es dafür abgeschraubt. Ihr seht, es ging auch kinderleicht. Das ist natürlich, äh, ja, bei einer Fälschung, ähm, nicht so schwer. Und ich finde, es sieht auch echt geil aus, so dieses einzelne Gucci-Logo. So, dann haben wir kurz die Location gewechselt. Und ja, haben erstmal den Gasbrenner angemacht, haben das Gucci-Logo erhitzt, sodass wir es dann auf den Toast drauf branden können, sozusagen. Und ja, ihr merkt schon, dass es ein bisschen nachkommentiert, weil ich keinen Turm aufgenommen habe. Und ja, ihr seht hier beim ersten Versuch, ich habe es dann reingedrückt, wollte es abziehen und es war einfach komplett verbrannt und ist auch hängen geblieben an diesem Gucci-Logo. So, das zweite Mal haben wir dann probiert mit, ähm, Schmalzbutter, glaube ich, äh, das einzureiben, dass so ein bisschen Öl ein bisschen auf dem Brot ist, dass es halt nicht fest brennt. So, dann habe ich wieder das Gucci-Logo erhitzt, habe es drauf gehalten, aber da ist dann irgendwie noch weniger passiert. Also, es ist auch wieder komplett clean geblieben an diesem Gucci-Logo. Und ja, konnte man nicht verwenden. Dann beim zweiten Mal habe ich es mit Rapsöl, richtig schön eingeschmiertes Brot, habe, ähm, ja, nicht zu wenig genommen auf jeden Fall. Und habe halt die Vermutung, weil man das ja auch bei einer Pfanne so macht, dass man erst Öl drauf macht und dass es halt das Essen nicht anbrannt. Deswegen, das ist ja auch logisch so, sonst würde jedes Essen anbrennen, ne? So, äh, dann habe ich mein Gucci-Logo wieder mal erhitzt, mit seinem Gasbrenner. Und dann kam der große Moment. Ich habe das Logo dann letztendlich sehr behutsam draufgelegt und es hat auch ordentlich gequalmt und gezischt. Und, ähm, es sah auch wirklich sehr gut aus dann, im Endeffekt. Und da habe ich es dann abgehoben, so ganz vorsichtig geschaut. Ähm, ähm, und ihr seht, das Ergebnis ist einfach mega sauber. Ihr seht zwar links oben an dieser Ecke ist so ein bisschen ein Loch, äh, ein bisschen fett gedings, weil da halt schon, es hat sich nämlich schon angefangen, hat schon dieses, ähm, Metall von dem Logo ist schon abgeschmolzen. Und deswegen, ja, war es nicht mehr so genau. Aber ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao! Bis zum nächsten Mal.